Wir sind schon so oft über die Deutsche Handwerkszeitung gestolpert, aber irgendwie wussten wir nie so richtig, was ist denn das eigentlich? Ehrlich gesagt, hatte ich die auch vorher noch nie gelesen, aber heute haben wir uns halt gleich den Chefredakteur an Bord geholt. Und das war auch genau richtig und die ersten Minuten haben mich schon extrem überrascht. Hätte ich nicht gedacht, was da dahinter steckt, was das vor allem von der Geschichte hat. Wir haben über die Entwicklung, also was ist die Deutsche Handwerkszeitung, haben wir gesprochen. Wir haben über die Entwicklung gesprochen, wie sich das Ganze verändert hat. Denn der Steffen, der Chefredakteur, ist erst seit acht Jahren dort und dann hat er sich einiges auf die Fahne geschrieben und es verändert. Wir haben über die aktuelle Lage der Handwerker und der Baubranche gesprochen und wir haben positive Nachrichten. Dranbleiben, bis zum Ende hören, lohnt sich, viel Spaß. Was ist denn die Deutsche Handwerkszeitung? Die Deutsche Handwerkszeitung ist eine Wirtschaftszeitung für den Mittelstand, also für alle Gewerke vom Friseur bis zum Maurer. Also wir sind keine Fachzeitung, keine Branchenzeitung. Die Deutsche Handwerkszeitung oder wir nennen sie DHZ kommt alle zwei Wochen raus und wird im Auftrag von 23 Handwerkskammern rausgegeben. Quasi jeder Betrieb, der in der Handwerksrolle eingetragen ist, in diesen 23 Handwerkskammern, bekommt die Deutsche Handwerkszeitung in den Briefkasten. Man kann uns also nicht entgehen. Und so erklärt sich ein bisschen auch unsere hohe Auflage von 500.000. Wow, okay. Und wie lange gibt es die Deutsche Handwerkszeitung schon? Wir haben Geburtstag dieses Jahr, 75 Jahre alt wird die DHZ, ist 1949 gegründet worden, hieß damals noch nicht Deutsche Handwerkszeitung, sondern Bayerische Handwerkerzeitung. Und die Entstehungsgeschichte, die ist ganz interessant. Die Zeitung ist eigentlich als Abwehr gegen die amerikanische Besatzungsmacht ins Leben gerufen worden. Damals war es so, die Amerikaner hatten ja den Süden Deutschlands besetzt und die konnten mit dem Handwerk nicht so richtig viel anfangen. Also haben nichts von einem Meisterbrief gehalten, wollten eigentlich die Gewerbefreiheit einführen. Auch Lehre im Handwerk ist ja in Amerika eher unbekannt. Und da haben sich die deutschen Handwerker gesagt, jetzt müssen wir das verteidigen. Wir müssen den Meisterbrief verteidigen. Wir müssen unsere Lehre verteidigen. Und dafür brauchen wir eine eigene Zeitung. Haben sich dann einen Verleger gesucht. Das ist der Großvater unseres heutigen Verlegers, Hans Holzmann. Und dann haben sie 1949 diese Zeitung ins Leben gerufen. Einfach um den Meisterbrief gegen die Amerikaner, die dafür keinen Sinn hatten, zu verteidigen. Ja, spannend. Das ist auch immer interessant zu hören und zu wissen, was da so dahinter steckt. Aber wer bist du denn eigentlich? Mit wem sprechen wir denn, Steffen? Ja, Chefredakteur der Deutschen Handwerkszeitung. Ich bin ja ein in der Wolle gefärbter Wirtschaftsjournalist, so würde ich es mal sagen. Ich habe mein Volontariat, also meine journalistische Ausbildung bei der Verlagsgruppe Handelsblatt gemacht. Bei Handelsblatt und Wirtschaftswoche war dann ein paar Jahre bei der Welt, vor allem im digitalen Bereich unterwegs. Dann bei der Schwäbischen Zeitung als Ressortleiter Wirtschaft. Und dann hat es mich ins schöne Bad Wörreshofen im Unterallgäu verschlagen. Da sitzt die Deutsche Handwerkszeitung und da bin ich jetzt seit acht Jahren Chefredakteur. Jetzt muss ich nochmal zurück zu der Entstehungsgeschichte. Kann man dann tatsächlich so der deutschen beziehungsweise damals bayerischen Handwerkszeitung das so verdanken, dass der Handwerksprinzip oder dass die Deutsche Handwerk so beibehalten wurde? Die Handwerkszeitung hat auf jeden Fall mit dazu beigetragen, das Bewusstsein zu schärfen. Also wenn man es ganz grob nimmt, können wir es den Engländern eigentlich verdanken. Die Amerikaner haben nichts davon gehalten. Die Engländer fanden eigentlich die deutsche Handwerksausbildung ganz gut, haben es geschafft, die französische Besatzungsmacht auch zu überzeugen. Dann hat sich noch der Bundeskanzler Konrad Adenauer auf die Seite des Handwerks geschlagen. Und 1953 wurde ja dann die Handwerksordnung verabschiedet. Und damit war das Handwerk eigentlich gerettet. Damit waren also die Errungenschaften, die heute unser Handwerk auszeichnen, zumindest in der Bundesrepublik, im Westteil Deutschlands, in trockenen Tüchern. Und ja, die DHZ hat auf jeden Fall mit ihren bayerischen Kammern mit dazu beigetragen, das Bewusstsein dafür zu schärfen. Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht vor dem Gespräch, was jetzt schon in den ersten Minuten hier ans Tageslicht kommt, für jemanden, der, ja, sage ich mal, unwissend ist. Ja, du bist ja schon mal in Amerika gewesen vielleicht. Dann hast du ja gesehen, wie da Handwerk verstanden wird. Da wird ja viel getackert, da wird viel geklebt. Ich will nicht sagen, natürlich gibt es auch talentierte Handwerker in Amerika. Aber das ist alles learning by doing. Dieses Prinzip, eine Lehre durchlaufen, Meister, Meisterbrief, das ist da halt nicht bekannt. Das ist ein ganz anderes Prinzip. Und das wollten sie uns im Überschwang des Sieges, der Besatzung halt auch überstülpen, weil sie es für ein überlegenes System halten. Ich glaube tatsächlich auch das Ausbildungsprinzip, das ist gar nicht so in Europa auch so krass bekannt. Ich weiß zum Beispiel in Italien, da hat man eine berufliche Ausbildung, aber man geht nicht in die Schule. Also man macht das tatsächlich im Beruf und dann bist du halt Ausgelernter, aber in der Theorie nichts, sondern nur in der Praxis. Also ich glaube, in Frankreich ist es auch das Modell, so wie hier in Deutschland. Ja, im Elsass ein bisschen. Es gibt manchmal so zentrale Schulen. Die Franzosen, die schulen sehr gerne zentral. Das ist aber oft auch relativ theoretisch. Was aber viel wichtiger ist, in ganz vielen Nachbarländern ist das Prinzip nicht bekannt, dass man einem Lehrling Geld bezahlt. Muss eher der Lehrling Geld mitbringen oder bestenfalls bekommt er gar nichts oder wird halt auf eine staatliche Schule geschickt. Aber das Prinzip, dass man in der Lehre, in der Ausbildung auch noch Geld bekommt, das ist vielen Handwerkern im benachbarten Ausland völlig fremd. Das ist krass. Das ist echt interessant, wie gar nicht so weit weg, aber trotzdem so massive Unterschiede in den Ausbildungsprinzipien oder Ausbildungswegen. Was ist denn jetzt heute, sage ich mal, das Hauptziel der Deutschen Handwerkszeitung? Also wir haben zwei Prinzipien. Zum einen sehen wir uns als Informationsdrehscheibe fürs Handwerk. Wir informieren Handwerker also darüber, was so passiert an Gesetzen aus Berlin, aus Brüssel, was an Urteilen gefällt wird. Und ein anderer wichtiger Punkt, wir sehen uns auch als Sprachrohr des Handwerks. Das bedeutet also, wir tragen Botschaften des Handwerks zum Beispiel in die Politik. Wir haben die Hoffnung, dass auch Politiker die Deutsche Handwerkszeitung lesen. Wir haben nicht nur die Hoffnung, wir wissen das auch, weil wir denen die einfach schicken. Und haben dann die Hoffnung, dass die unsere Artikel lesen, die Warnrufe, Weckrufe des Handwerks, vielleicht auch die Appelle dadurch mitbekommen und etwas mehr Gespür entwickeln, wo der Schuh im Handwerk drückt. Ich glaube, das ist eigentlich genau der richtige Weg, dass man da einfach so die Branche immer auf dem Laufenden hält und dann noch versucht, die Entscheider auch noch zu erreichen. Hat sich denn euer Zielpublikum oder eure Leserschaft in den letzten Jahren irgendwie verändert? Im Prinzip richten wir uns eigentlich an Meister, an Geschäftsführer, an Betriebsinhaber. Also nicht an Azubis, auch nicht an die Gesellen im Handwerk. Aber innerhalb dieser Gruppe hat sich schon eine ganze Menge verändert. Es gibt heutzutage zum Beispiel viel mehr Solo-Selbstständige als früher. Denkt da nur an die Fliesenleger. Fliesenleger sind oft in relativ kleinen Einheiten unterwegs, sind manchmal sogar Solo-Betrieb, ein, zwei Mann. Das hat sich stark verändert. Und andererseits gibt es auch immer größere Einheiten. Da kann man zum Beispiel Bäckereien oder Metzgereien nehmen. Es gibt ja mittlerweile viele Bäckereien, die zehn, zwölf, vierzehn Filialen haben. Also einerseits wächst die Anzahl der sehr großen Betriebe, andererseits der sehr kleinen Betriebe. Und dieser Mittelbau, der früher so charakteristisch für das Handwerk war, der verliert nach und nach etwas an Bedeutung. Und da müssen wir uns auch in der Berichterstattung darauf einstellen, dass wir es heute mit etwas anderen Betriebsinhabern, Geschäftsführern oder Meistern als früher zu tun haben. Es ist ja so, du selber bist ja nicht schon immer bei der Deutschen Handwerkszeitung. Also ich glaube jetzt nicht, dass du 75 Jahre schon dort bist. Du kamst ja auch irgendwann mal dazu. Wann waren das? Vor acht Jahren. Vor acht Jahren. Und du hast natürlich sicherlich auch die Deutsche Handwerkszeitung schon vorher gekannt, wo du dann eingestiegen bist. Hast du grundsätzlich dann als Chefredakteur auch dann was verändert? Also war vorher ein bisschen was anders? Und als du dann kamst, hat es dann irgendwie einen Knall gelassen? Und dann hatte Steffen was verändert? Oder wie hast du das wahrgenommen? Würde mich mal der inhaltliche Veränderung, würde mich da mal interessieren. Erstmal hat der Steffen ein bisschen abgewartet und sich das angeguckt in zwei Jahren. Aber nach der Analyse haben wir wirklich einen sehr, sehr großen Schnitt gemacht. Nämlich wir haben einen Relaunch gemacht. Relaunch bedeutet, wir haben die Zeitung völlig neu gestaltet, uns neue Schriften, neue Farben, neues Logo gegeben, aber auch andere inhaltliche Schwerpunkte gesetzt. Ich kann dir da mal ein Beispiel sagen. Wir haben zum Beispiel, machen jetzt viel mehr über das Thema Digitalisierung. Digitalisierung spielt eine viel größere Rolle. Oder Gesundheitsthemen. Wie halte ich mich fit? Wie kann ich gucken, dass ich keinen Bandscheibenvorfall bekomme? Psychische Leiden spielen eine größere Rolle. Wir haben jetzt auch mit dem Thema Drogen, Umgang mit Drogen, Cannabis zum Beispiel zu tun. Also diese gesamte Gesundheitsberichterstattung haben wir zum Beispiel auch stark ausgebaut. Wir haben ein paar Sachen, die früher Standard waren, auch zurückgedrängt. Zum Beispiel Interviews mit Politikern. Wir haben festgestellt, wenn ich das mal so ganz hart sagen darf, manche unserer Handwerker reagieren ziemlich allergisch auf Politikerinterviews, weil sie der Meinung sind, da wird ziemlich viel heiße Luft abgelassen. Man kommt einem Bundesminister nicht immer ganz vorbei, aber man kann zum Beispiel die Zahl der Politikerinterviews etwas runterdimmen. Und das haben wir gemacht. Ich habe jetzt eine ganz frische Marktforschung auf den Tisch bekommen. Da kam raus, dass die Leute uns bei Weitem bessere Noten geben für unsere Berichterstattung, für unser Layout, als das noch vor sechs, sieben Jahren in der letzten großen Befragung der Fall war. Habt ihr denn jetzt in den letzten Jahren, würdest du da irgendwelche Meilensteine oder Artikel hervorheben, wo ihr wirklich, ja, wo vielleicht wichtig waren, wo vielleicht eine große Veränderung mit sich gebracht haben, wo Diskussionen angeregt haben? Gab es da irgendwelche Highlights? Highlight klingt fast so positiv. Das ist eher ein bedrückender Fall. Also ich bin ziemlich stolz auf unsere Berichterstattung in der Corona-Zeit. In der Corona-Zeit, klar, war die Gesellschaft gespalten, polarisiert. Und das hat natürlich vom Handwerk auch nicht Halt gemacht. Es gab auch im Handwerk eine große Anzahl an Leuten, die die sehr rigiden Maßnahmen kritisch gesehen haben. Ist ja auch klar, die waren ja auch betroffen. Bäckereien mussten ihre Cafés schließen. Brauereien sind ihr Bier nicht losgeworden. Dass solche Leute etwas kritischer auf strenge Corona-Maßnahmen blicken. Das ist ja klar. Und wir haben so diese Gratwanderung geschafft, diese kritischen Stimmen aufzunehmen, ohne uns einem Querdenkerlager anzuschließen. Also wir haben gezeigt, es gibt auch Leute, die nicht einverstanden sind und Sorgen und Probleme haben und Existenzangst auch haben, aber ohne Öl ins Feuer zu gießen. Das ist eine Sache, auf diese Leistung bin ich relativ stolz. Und Ähnliches ist uns auch gelungen jetzt im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Da gab es auch große Lager, vor allem in Ostdeutschland, die gesagt haben, das ist nicht unser Krieg. Wir würden gerne weiterhin billige Energie aus Russland beziehen. Wir machen uns Sorgen um den Fortbestand der Betriebe. Es ist uns gelungen, diese Stimmen aufzunehmen, sei es auch nur in Leserbriefen, ohne aber uns auf eine Seite zu schlagen und die Stimmung noch anzuheizen. Also dieses ausgleichende Vermitteln auch zu zeigen, es gibt eine starke Minderheit, die es anders sieht, das ist, glaube ich, eine große journalistische Leistung innerhalb der letzten zwei, drei, vier Jahre gewesen. Ja, definitiv. Das ist echt so ein schmaler Grad. Aber wenn man das wirklich gut bewältigt, das ist, ja, Respekt. Gibt es denn andere Herausforderungen, die jetzt noch bewältigen musstet in der Vergangenheit? Ich denke mal, gerade wenn man jetzt so Zeitung hört, dann denkt man irgendwie immer auch so ein bisschen an Digitalisierung vielleicht, weil die meisten Leute oder manche Leute eben weg vom Papier gehen, mehr zu digitalen Lösungen. Bietet ihr das auch an? Ja, da sprichst du genau den richtigen Punkt an. Das war vielleicht die größte Herausforderung jetzt, was die Zeitung oder das Medienunternehmen der letzten zehn Jahre betrifft. Also die DHZ in die digitale Welt rüber zu retten mit App, mit E-Paper, mit unseren Social-Media-Kanälen. Also Facebook, Instagram ist bei den Handwerkern sehr, sehr beliebt. Instagram spielt eine immer größere Rolle. Was ich in der letzten Zeit merke, ist, dass LinkedIn viel stärker im Kommen ist, wohingegen Xing und Twitter, also X, an Bedeutung gerade verlieren. Und diese Transformation hinzubekommen, dass die DHZ auch in den digitalen Kanälen zu finden ist, das war schon eine Herausforderung der letzten Jahre, von der ich aber glaube, dass wir sie gut gemeistert haben. Also in manchen Monaten haben wir eine Million Besuche gehabt auf der Seite. Das klappt schon ganz gut. Es gab auch ein paar unternehmerische Herausforderungen, gerade in den letzten zwei, drei Jahren. Wir sprachen von Corona, aber auch dem Krieg in der Ukraine. Das hat wirtschaftliche Verwerfungen mit sich gebracht. Die Papierpreise sind zum Beispiel explodiert. Also Papier war zwischenzeitlich um 100, 120 Prozent teurer. Infolge von Corona gab es hohe Krankenstände bei Zustellen, also Leuten, die dir die Zeitung in den Briefkasten werfen. Das war eine echte Herausforderung, in Corona-Zeiten dafür zu sorgen, dass die Zeitung immer pünktlich im Briefkasten landet. Und dann sind natürlich die Werbemärkte auch eingebrochen. Also wir haben zwischenzeitlich wirklich erheblich vom Werbekuchen verloren. Das berappelt sich nach und nach, ist aber noch lange nicht wieder auf Vor-Corona-Niveau. Das waren also auch wirtschaftliche Herausforderungen, mit denen wir zu kämpfen hatten. Ich habe auch so das Gefühl so ein bisschen, die Corona-Zeit, die hat auch noch mal zum Nachdenken bewegt, aber auch irgendwie so gefühlt so einen krasseren Cut zwischen den Generationen gebracht irgendwie auch. Also plötzlich war dann auch danach ein neuer Schwung irgendwie da, hatte ich das Gefühl, auch in Richtung Digitalisierung, in Richtung soziale Medien und so weiter. Wie hast du das wahrgenommen? Also findest du auch, dass da gerade so in der Handwerksbranche so ein Generationswechsel stattfindet? Ja, der Digitalisierung hat es auf jeden Fall gut getan. Auch der Diskussionskultur, dass wir Meetings über Teams abhalten können, dass nicht mehr alles in Präsenz stattfindet, das war schon gut. Nein, ich würde fürs Handwerk einen ganz anderen Punkt eigentlich sehen durch Corona. Das Handwerk ist zum Teil als systemrelevant eingestuft worden. Also die neue Bedeutung, die das Handwerk hat, der neue Stolz, den Handwerker völlig zu Recht auch empfinden, der kommt auch durch die Corona-Zeit, durch diese Einstufung systemrelevant. Das Handwerk hat es natürlich härter als andere Leute, auch als ich, als Büroarbeiter. Die konnten einfach, die Büroarbeiter, zu Hause bleiben. Homeoffice, klappst das Laptop auf, machst deine Arbeit von zu Hause. Konnte der Klempner natürlich nicht machen. Gleichzeitig wurde er aber amtlich mit Brief und Siegel von der Bundesregierung als systemrelevant eingestuft. Und das hat dem Handwerk, glaube ich, einen großen Schub an Selbstbewusstsein in dieser Corona-Zeit gegeben. Das ist mal eine Frage aus der Reihe. Und zwar, du bist ja erfahrener als Julian und ich und du hast sicherlich schon mehr mitbekommen, in der Baubranche oder auch gerade im Handwerk. Wir sind ja jetzt auch wieder in so einer kleinen Krise drin, sage ich jetzt mal, die sich aber relativ okay noch hält. Ich bin immer vorsichtig, weil der einen Branche geht so, der anderen Branche geht es wunderbar. Manche Branchen kriegen gar nichts mit. Aber gab es nach jedem Tief auch wieder ein doppelt so hohes Hoch? Oder wie hast du das so wahrgenommen? Ein doppelt so hohes Hoch würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, du hast recht, das nicht ganz so pessimistisch zu sehen. Ich würde auch sagen, die Talsohle ist erreicht. Also noch übler wird es nicht werden. Was mir diesmal etwas Sorgen bereitet, die Krise dauert relativ lang schon. Und es gibt auch keine Indikatoren, dass wir mit einem Kraftakt oder mit einem großen Wachstumsschub da wieder rauskommen. Wir kommen da raus, aber das erholt sich diesmal alles nur leider in so Trippelschritten. Das macht die Krise vielleicht etwas anders als vergangene Krisen, wo dann nach einem auch starken Abschwung die Erholung auch gewaltig ausfiel. Und da müssen wir uns, glaube ich, daran gewöhnen, dass es nicht mit so einem großen Ruck nach vorne geht, sondern wir müssen uns mit Trippelschritten zufrieden geben. Ja, so fühlt sich das tatsächlich für mich auch so an, dass es jetzt nicht so schnell wieder nach oben schießt, aber so peu à peu. Und vielleicht muss man auch noch ein bisschen Mut auch ein bisschen zeigen, um das Ganze wieder anfangen zu investieren. Das sind vielleicht auch so Schritte, wo man ein bisschen Mut haben sollte, da wieder auch was für die Wirtschaft zu tun. Aber das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Das würde auch den Rahmen sprengen. Ja, ich denke auch. Aber vielleicht nochmal auf die Generationenfrage oder auf den Wandel geschaut. Jetzt ist ja auch gerade so, die ganzen Baby-Boomer-Jahrgänge, die gehen ja jetzt so langsam in Rente. Ich denke, da wird es auch einige im Handwerk geben. Da kommt eine nächste Generation nach oder ist schon da und jetzt nochmal eine jüngere Generation. Ändert sich da auch oder verändert sich da auch irgendwie das Verhalten bei den Leuten, die Ansprüche oder auch die, ja vielleicht sogar auch die Qualität? Ja, es verändert sich sehr viel. Übrigens in Ostdeutschland noch viel mehr als im Westen. Im Osten geht praktisch die ganze Wende, Nachwende-Generation jetzt auf einen Schlag in Rente. Alle, die 1990 gegründet haben, die gehen jetzt mit einem Schlag in den Ruhestand. Das wird richtig, ja, Disruptionen bringen. Ich würde sagen, jede Generation hat ihre Stärken. Wenn ich es mal nur aus journalistischer Sicht betrachte, interessieren sich die jüngeren Leser für ganz andere Themen als die älteren Leser. Also Mitarbeiterführung und Motivation spielt eine viel größere Rolle. Das Thema Betriebsklima, also wie sorge ich dafür, dass meine Leute sich im Betrieb wohlfühlen. Die jüngeren Leserinnen und Leser sind viel stärker an technischen Innovationen, an solchen Themen interessiert. Die Älteren, wenn ich es mal ganz klischeehaft sagen darf, bringen dafür tolle Sekundärtugenden mit sich. Fleiß und Arbeitsethos, Pflichtbewusstsein. Die reden auch nicht so viel über die Vier-Tage-Woche oder die Work-Life-Balance. Ich denke, deshalb können beide Generationen sich ganz gut ergänzen und gut voneinander lernen, wenn sie so das Beste aus beiden Welten übernehmen. Denke ich auch, ja. Wahrscheinlich ist so wirklich das Beste aus zwei Welten, weil das sind verschiedene Generationen, die sind verschieden aufgewachsen und da ist wahrscheinlich wirklich die Mischung, die Mischung macht es. Es ist ja tatsächlich auch bei mir ein Hobby. Ich bin Fußballschiedsrichter und ich merke das jedes Mal, wenn die jungen Kollegen und die älteren Kollegen zusammensitzen an einem Tisch und wenn es da einen Austausch gibt, das sind immer die besten Gespräche, aber da entsteht auch Reibung. Also es ist auch nicht so, dass dann immer das Gespräch wunderbar flockig läuft, sondern da regt sich der eine mal auf, dann diskutiert man über was, aber man kommt vorwärts. Und das ist nichts anderes. Das ist diese Mischung zwischen Jung und Alt und es darf und muss auch eine Reibung entstehen, dass man da wieder vorwärtskommt. Nur soll der halt nicht brennen am Ende des Tages. Das wäre dann ganz cool. Das ist wie in einer guten Redaktion. Am besten hast du eine Mischung. Dann hast du ein paar 28-30-Jährige, wie wir in der Online-Redaktion. Dann hast du ein paar 50-60-Jährige, erfahrene Blattmacher. Dann hast du Frauen und Männer. Das ist auch richtig gut, wenn du eine gute Mischung hast. Also das ist übersetzte Diversität. Das tut jedem Betrieb, das tut einem Schiedsrichterkorps, einer Redaktion, aber auch einem Handwerksbetrieb gut. Was denkst du denn, wie sich jetzt das Handwerk in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird oder entwickeln wird? Also ich glaube, dass das Handwerk vor goldenen Jahren steht. Eine alternde Gesellschaft braucht Handwerkerleistungen, braucht Versorgungshandwerke. Wir stehen vor riesigen Herausforderungen mit der Energiewende, mit dem Klimaschutz. Die Handwerker sind die Umsetzer dieser Klimawende. Die Handwerker sind auch die Umsetzer der Digitalisierung. Wer soll die Trafostationen, wer soll die Ladestationen für die Elektroautos aufbauen? Wer bringt die Solarmodule aufs Dach? Wer schließt die Wärmepumpen an? Das wird sicherlich für gewisse Gewerke, ich denke an SHK, an bestimmte Bau-Ausbau-Gewerke, glaube ich, eine gute Zeit mit guten Aufträgen werden. Will aber auch die Probleme nicht verschweigen. Die Bürokratisierung, da redet ihr ja auch oft drüber in euren Talks, die nervt die Leute einfach. Die nervt so sehr, dass sie manche zartbeseiteten Gemüte davon abhält, in eine Selbstständigkeit zu gehen. Der Fachkräftemangel, der ist schon auch problematisch und zäh. Also Stichwort Überakademisierung. Leider streben zu viele Leute an Hochschulen und Universitäten, obwohl es so tolle Chancen im Handwerk gibt. Ich glaube, das Handwerk wird sich auch noch stärker Automatisierung und Digitalisierung zuwenden. Die KI ist ja auch eine Riesenchance, weil sie dafür sorgt, dass du gewisse lästige Arbeiten, lästige Büroarbeiten leichter erledigen kannst. Denk an die E-Rechnung, Kundenkommunikation, da wird vieles, was lästig im Büro fällt, automatisiert werden. Es gibt super technische Anwendungen für stupide Tätigkeiten, Exoskelette für Überkopfarbeiten bei Malern, Drohneneinsatz bei Dachdeckern. Es gibt Roboter, die dir eine Mauer hochziehen oder eine lange weiße Wand, eine lange Wand weiß streichen. Das sind ja auch nicht die beliebtesten Aufgaben im Ausbau. Und da sehe ich großes Potenzial für innovative Handwerksunternehmen. Und da kommen wir wieder zur Generationenfrage. Das sind natürlich die jüngeren und mittelalten Handwerker, die mit solchen Einsatzgebieten experimentieren, Roboter, Drohnen, digitales Aufmaß einsetzen. Weniger Aufwand und mehr erreichen dadurch. Das ist halt ganz klar. Wir bewegen uns ja auch schon in die Richtung und es kommt ja auch schon. Und was es da alles jetzt auch schon für den Handwerker gibt, um da einfacher zu arbeiten, um sich zu entlasten, das ist echt wertvoll. Wir haben es vorhin schon mal angekratzt, die aktuelle Entwicklung in der Baubranche sieht nicht so gut aus. Trotz allem wollen wir mal so ein bisschen aufschlüsseln und mal in die Themen wirklich reingehen, um zu schauen, ob das wirklich so negativ ist oder ob es da tatsächlich Licht im Tunnel gibt. Und da würde ich einfach mal gerne nochmal den Ball an dich abspielen und gerade fragen, wie ist denn die aktuelle Situation denn jetzt gerade in der Baubranche? Ich würde sagen, die Stimmung ist schlechter als die Lage. Es ist nicht ganz hoffnungslos und vor allem das Allerwichtigste ist, es ist nicht unmöglich, aus dieser etwas krisenhaften Situation wieder herauszukommen, sogar mit Maßnahmen, die gar nicht besonders kompliziert sind. Also erstmal müssen wir unterscheiden zwischen dem Hochbau und dem Tiefbau. Im Hochbau sieht es gerade wirklich mau aus, im Wohnungsbau werden die Ziele alle gerissen. Die Regierung wollte ja 400.000 Wohnungen bauen. Dieses Jahr werden wahrscheinlich nur 250.000 gebaut werden. Die Zahl der Baugenehmigungen sinkt. Das ist schon eine unbefriedigende Situation. Im Tiefbau sieht es aber gar nicht so schlecht aus. Da sind große Infrastrukturprojekte im Autobahnbau, im Bahnbau angestoßen worden. Das läuft ganz gut. Und die Ausbaugewerke, die merken zwar auch die Krise im Wohnungsbau, aber die verlegen sich nach und nach auf das Thema Sanierung, energetische Sanierung. Da kann man also viel Geschäft, was in der Tat im Wohnungsneubau weggebrochen ist, wieder ausgleichen. Also deshalb würde ich sagen, die Talsohle ist wirklich erreicht. Wir versuchen ja immer in unserem Podcast nicht so sehr politische Themen anzusprechen, aber ich muss jetzt trotzdem die Frage stellen. Denkst du denn tatsächlich, dass auch so ein bisschen die politische Entwicklung jetzt so in den letzten Jahren, du hast angesprochen, die Wohnungsbauentwicklung, die sieht nicht so aus, wie gewünscht ist. Es werden lange nicht so viele Wohnungen gebaut, wie es eigentlich geplant war. Glaubst du, dass die da auch tatsächlich einen Anteil rein haben und da vielleicht auch wieder ein bisschen mehr tun müssten, um eben den Wohnungsbau, den Wohnungsneubau da mehr zu subventionieren? Leider ja. Also viele Probleme sind wirklich hausgemacht. Politiker neigen ja dazu, das immer auf externe Faktoren zu schieben. Der Ukraine-Krieg ist schuld. Die Europäische Zentralbank mit ihrer Zinspolitik ist schuld. Putin ist schuld. Aber manche Probleme sind leider Gottes auch hausgemacht. Denkt an Habecks Heizhammer, also offiziell das Gebäudeenergiegesetz. Was war das für ein Eiertanz mit diesem Gesetz? Was ist an diesem Gesetz rumgedoktert, nachkorrigiert worden? Was wurde auch für eine Verunsicherung dadurch gestiftet? Das ist allein unserer Politik, unserer Bundespolitik zuzurechnen. Die schlecht bemessene Förderung, dass Fördertöpfe plötzlich leer waren oder Förderungen über Nacht sozusagen eingestellt wurden. Das ist hausgemacht. Die Bürokratie, zu der wir neigen, gerade wir Deutsche, veredeln die Brüsseler Bürokratie ja immer noch durch besondere Verschärfung. Also Brandschutz, Schallschutz, Barrierefreiheit, Naturschutz, Arbeitsschutz, Kreislaufwirtschaft. Wir wollen die Klassenbesten sein. Das führt aber natürlich dazu, dass die Bürokratie überborden wird. Und ich habe mal eine Zahl gelesen, dass Bauvorhaben um ein Fünftel billiger sein könnten, wenn es nicht so viele Bauvorschriften gibt. Und das ist auch schon ein spezifisches deutsches Problem. Also die Bürokratie ist ein Bremsklotz am Bau. Würdest du auch sagen, dass wenn man jetzt in die Zukunft schaut, dass das tatsächlich ein Schlüsselfaktor ist, um die Bürokratie etwas, ja vielleicht nicht abzuschaffen, aber einfach die Bürokratie zu verschlanken? Oder sagst du, es gibt noch andere Stellhebel oder Perspektiven? Du hast vielleicht auch mehr Einblick aktuell, dadurch, dass ihr auch einen relativ guten Draht zu Politikern habt, was gerade noch vielleicht gerade in der Mache ist? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, dass die Bundesregierung den Schuss gehört hat. Die Bundesbauministerin Frau Gaiwitz, das ist schon eine verständige, realistische Politikerin. Und die sieht, dass sie im Abbau von Bürokratie, in einer Verschlankung der Baugesetze, der Bauvorschriften, schon einen mächtigen Hebel in der Hand hat, Bauen zu vereinfachen, Verfahren zu beschleunigen, das ist einer der großen Hebel, wo die Bundesregierung direkt was tun kann. Der Krieg in der Ukraine kann durch Zutun der Bundesregierung nicht so schnell beendet werden. Die internationalen Lieferkettenprobleme und Verwerfungen bei den Materialpreisen können auch durch die Regierung nur bedingt beeinflusst werden. Aber an diesem Hebel Bürokratie, da kann man direkt was drehen. Und da gibt es ja auch viele gute Vorschläge, die auf dem Tisch liegen. Denkt da an den Gebäudestandard E, einfacher bauen, dass man sich nicht mehr an diesen überambitionierten Standards wie EH40 orientiert, sondern EH55, die fördert. Man kann die Fördertöpfe besser auffüllen. Man kann denjenigen, die ein Haus bauen wollen, mit großzügigerer Förderung unter die Arme greifen. Vor allem die Leute auch nicht immer verunsichern. Reicht der Fördertopf diesmal? Sondern wirklich stabil garantieren, ja, wenn du hier ein gefördertes Bauvorhaben eingehst, dann wirst du auf jeden Fall deinen Zuschuss auch bekommen. Das sind alles Sachen, da kann die Politik Stellschrauben drehen. Da hoffen wir doch, dass sich da was bewegt, dass da was getan wird, dass es da auch mehr Austausch gibt, dass die Politik auch so ein bisschen mehr auf die Basis achtet und mit der Basis in den Austausch geht und dass es nicht immer nur so diese oberflächliche Bubble gibt, die es bisher leider zu oft gab, sondern man muss sich mit der Basis austauschen, man muss von der Basis lernen und verstehen, was da passiert und was da gewollt und gewünscht wird. Wenn wir mit Unternehmen in der Baubranche sprechen, merken wir auch, das gar nicht zu werten, null überhaupt nicht, aber gerade ist so ein Hauptthema das Thema Nachhaltigkeit. Das ist so überall, wie können wir Produkte verbessern, aber trotzdem nachhaltiger bauen oder herstellen. Glaubst du, das ist ein Trend oder sagst du, nee, das ist tatsächlich auch politisch getrieben, die Unternehmen müssen sich daran halten oder ist es so ein Druck, weil es jeder macht, mache ich das jetzt auch? Das ist eine schwierige Frage. Also es ist ohne Zweifel ein Trendthema und es ist auf jeden Fall politisch getrieben. Aber ich habe gerade ja gesagt, so sympathisch das ist, klimaneutral zu bauen, auf Kreislaufwirtschaft zu achten, auf vernünftiges Recycling, auf den Baustellen zu achten, es ist halt trotz allem auch ein Faktor, der die Baukosten nach oben treibt. Also die Politik wird da eine Entscheidung fällen müssen. Ich würde sagen, man sollte hier die Förderung etwas großzügiger ausfallen lassen. Man sollte nicht von den ambitionierten Zielen, von Klimazielen, von Umweltschutzzielen abrücken, aber man sollte es den Bauwilligen durch eine großzügige Förderung versüßen. Sehr schöner Schlusssatz. Da gehen wir absolut mit. Unsere Hörer wissen jetzt, wer sich hinter der Deutschen Handwerkszeitung verbirgt. Steffen, das freut uns sehr, dass du da uns auch die Einblicke gegeben hast, dass wir darüber sprechen konnten, wie sich die Geschichte und die Entwicklung der Deutschen Handwerkszeitung in den Jahren verändert hat. Auch wie das Handwerk sich verändert hat, in welche Richtung es geht, wie die Baubranche, welcher Stand da aktuell ist. Also du hast uns da wirklich viel lehrreiche Themen gegeben. Vielen Dank dafür und danke fürs Zuhören und bis bald. Dankeschön. Bis bald. Danke dir. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020